Na, ihr kleinen Würstchen da draußen, ich bin zwar wieder der Laso, das Riesenwürstchen. Okay, das war keine tolle Begrüßung, ihr seid keine Würstchen und ich bin auch kein Riesenwürstchen, aber wir spielen heute Run, Sausage, Run, was auf Deutsch so viel heißt wie Lauf, Würstchen, Lauf. Toller Titel, oder? Ich glaube, so nenne ich auch das Video hier. Wir sind ein Würstchen, wir müssen versuchen, ein paar Kuche zu überleben, müssen da durchrennen. Werden wir es schaffen oder nicht, das sagt euch gleich der kleine Wurstwicht. Ha, nochmal einen lustigen Reim am Anfang eingepackt, ich würde sagen, wir starten, let's go. So, okay, wir können jetzt hier, okay, vorsichtig, 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 renn! Oh, oh, okay, es ist doch ein kleines bisschen schwerer, als ich gedacht habe. Ich probiere es nochmal, das war einfach nur ein Versuch. Lauf hier schnell drüber, okay, hier auch wieder schnell drüber laufen. Okay, lauf, 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 vorsichtig. Oh, okay, okay, lauf, lauf, lauf. Oh, wir haben es geschafft, das erste Level. Cool, ja, ja, geil, ist ja mega cool. Okay, vorsichtig, vorsichtig hier annähern und jetzt rennen. Renn, rennen, 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 oh. Oh nein, das ist so dumm, dieses Spiel. Vorsichtig hier annähern und jetzt rennen. Oh mein Gott, da ist ja auch auf einmal so ein Messer gewesen und ich wurde einfach in zwei geschnitten. Vorsichtig, rennen. Okay, ich muss das noch üben, okay Das muss ich definitiv noch ein bisschen üben Wir sind jetzt auch erst in Level 2 Renn Okay, alles gut Wir üben noch Jetzt rennen Vorsichtig Jetzt wieder umbiegen Rennen Rennen Und geschafft, cool Okay, also so langsam kriege ich den Dreh raus Das ist nice und ich hole euch allen Ein Edbeer Eis Oh Mann, warum reime ich überhaupt die ganze Zeit Es ist so schlecht, wenn ich reime Lauf, kleines Würstchen Lauf Oh, 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 nein Oh, ich hätte warten sollen, ich hätte warten sollen Egal, wir bringen dich jetzt nach Hause Was ist das da überhaupt Aua Was habe ich gerade gemacht Renn Oh, geschafft Okay, Feuer, drüber rennen Feuer Einfach drüber rennen Da ist wieder dieser Hammer Oh, ich hasse diesen Hammer Rennen Oh, jawoll Easy, Leute Easy Wisst ihr auch, warum das so easy ist? Weil ich nämlich das größte Würstchen bin von Ich höre damit auf, okay Keine Würstchenspäße mehr Dieses Würstchen hat es schwer genug Und jetzt machen wir uns noch über das Oh Was? Wie? Rennen Okay Wir sind einfach in einem Garten Wie ist dieses Würstchen in den Garten gekommen? Was ist das? Einfach eine Kohle-Feuer-Stelle Ha Natürlich Ich hab's natürlich mal wieder geschafft Das Würstchen sicher nach Hause zu bringen Zu seiner Würstchen-Familie Ist doch klar Ist doch ganz klar, dass ich das mache, Leute Ganz, ganz klassischer Laso Okay Ein Schuh Mach diesen Schuh da weg Noch ein Schuh Warum habt ihr alle dieselben Schuhe an? Die gleichen Die gleichen Schuhe Warum habt ihr alle die gleichen Schuhe an? Ey, das war ja einfach Das war ja einfach Da ist die Wurst ja noch nicht richtig gepellt Bevor man ins Ziel kommt Okay, rennen Let's go Oh, okay Wollen wir mal probieren In einem Ding durchzurennen? Ich glaube, das geht nicht Ich glaube, ich probiere es nicht Oh Vorsichtig Oh Laufen Da ist wieder ein Riesenschuh Und da Oh, da ist auch direkt danach Die Sense gewesen Direkt danach Warum? Warum? Das ist manchmal so dumm Okay Da ist ein Schuh Schicke Schuhe, by the way Aber ich möchte nicht sehen Wie dein Schuhprofil von unten aussieht Alter, da ist schon wieder die Sense gewesen Du kannst es halt einfach nicht wissen Hier übers Wasser rennen Lauf, kleine Wurst Lauf, kleine Wurst Geld Lauf hier drüber Über die Kohle Und zack Und easy Manchmal ist es so kompliziert Dass du da drüber rennst Und dann wirst du einfach trotzdem gekillt Von irgendwas anderem Weil du es nicht siehst Oh, da ist jemand mit einem Metalldetektor Das sah gerade echt ein bisschen blutrünstig aus Da ist ein Baby mit einer Aua Warum schlägt dieses babyarme Würstchen? Ich habe gar nichts getan Da ist wieder ein Typ mit schicken Flipflops, by the way Okay, wir laufen einfach ganz entspannt hier durch Ich habe Angst vor diesem Baby Okay Ich hoffe mal, dieses Baby kommt jetzt nicht nochmal Dieses Baby war echt gruselig, Leute Was ist das? Au! Oh nein Die Wurst wurde von der Qualle gestochen Ich renne über dich Okay Sieht bisher ganz gut aus Hier einmal durchrennen Nein! Ich wurde vom Metalldetektor erfasst Oh Mann Dabei bin ich gar kein Metallwürstchen Sondern ein normales Renn! Okay, hier über dich wieder drüber Die Quallen sind auch richtig fies, ne? Und diese Leute, die mich die ganze Zeit zermatschen wollen Oh! Nein, du dummes Baby! Dieses dumme Baby Okay, sieht gut aus Ja! Dieses blöde Baby, ey Mann! Nächstes Level Da ist es Sieht aus wie Roman Dieses Baby sieht einfach aus wie Roman Kann man jemand so einen Screenshot von dem Baby machen? Und dann sozusagen, äh So see no different auf Instagram oder sowas Das wäre mega witzig, Leute Hier durch Alter, das war ein einfaches Level Das war jetzt wirklich einfach So, aber diese Level, wo direkt danach wieder irgendwas kommt Das ist so unfair Oh, wir sind wieder in der Küche Oh! Oh Mist Aber sobald ich wirklich nur ein kleines bisschen Von meiner Wurst, äh, getroffen werde Dann fange ich direkt schon wieder an zu Zu sterben Oh! 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 Oh mein Gott, das ist dumm Feuer Renn drüber Machete Limbo tanzen Durchrennen Feuer Let's go Gut, sehr, sehr gut Kann ich auch hüpfen? Nein, ich kann nur rennen Okay Feuer Durch Warum ist so etwas hier? Warum ist so etwas hier? Warum? Seit wann? Warum ist so... Warum? Natürlich wurde ich jetzt gerade erfasst Okay, nicht schlimm Nicht schlimm Nicht schlimm Feuer Ausweichen Nochmal Feuer Drüber rennen Feuer kommt Drüber rennen Feuer kommt Drüber rennen Drüber rennen Drüber rennen Okay, nochmal Feuer Rennen, rennen, rennen Dieses dumme Ding Oh, das war so knapp gerade Ohoho Können wir das nochmal in Zeitlupe sehen, bitte? Nice Renn, 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 renn Oh Ohoho Haltet an Haltet Haltet nicht an Haltet nicht an Ohoho Lauf durch Lauf durch Oh nein Oh mein Gott Das habe ich nicht gesehen Ich habe das Messer nicht gesehen Ich habe es einfach nicht gesehen Oh Aaaaaah Guck mal das Würstchen, wie es auch guckt Aaaaaah Dieses Spiel Ist ultra schwer Kann man das so sagen? Es ist wirklich Gar nicht mal so einfach Aaaaaah Aaaaaah Oh, ich geschafft Aaaaaah Warum macht der jetzt den Mund nicht mehr auf? Aaaaaah Oh 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 mein Gott Oh Ist das dumm, Alter Okay Aaaaaah Oh Oh Lauf vorsichtig Aaaaaah Aaaaaah Hilfe, ich bin nur ein Würstchen Oh mein Gott Warum spiele ich so einen Mist überhaupt? Das schaffen wir jetzt aber noch, Leute Oh Oh mein Gott Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Renn Rennen am Pelikan vorbei Feuer drüber Ganz einfach Da kommt jetzt auch noch Wasser aus dem Wasserhahn Was? Wasser aus dem Wasserhahn, was? Das war ganz schön offen, was? Leute Falls ihr kein Würstchen seid Dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da Schreibt Hashtag Würstchen in die Kommentare Für mehr Und ich würde sagen Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder Beim weiteren Video Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke Um nichts mehr zu verpassen Wir sehen uns morgen wieder Haut rein, Leute Das war ein lustiges Spiel Ciao 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 Ciao